Hallo, ich bin der Felix und heute sage ich euch, wie soll man sich verhalten beim ersten Fahrrad, wo man ein bisschen fit werden will und wenn man jetzt ein bisschen trainieren will auf irgendwelchen Zielen. Also, zuerst, es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, Internet, Facebook und hier und da und Kollegen und Vereine und Zeitung und Fachzeitung, Bücher und überall wollen Leute uns irgendwas vorgaukeln, wie man das am besten machen kann und am besten, wenn die irgendwas davon haben. Am besten lernt man auch aus eigenem Fehler. Zum Beispiel, mein erstes Rennen habe ich in Jeans gefangen. Wenn man das schnell machen will, beim Rennen, auf dem Fahrrad rausspringen und weiterfahren, am Anfang geht das noch, aber wenn das jetzt nicht unbedingt Rennrad ist, nur Meuthenbike, wo man ab und zu am Berg absteigen muss und wieder rauf, dann hat man Probleme ohne Ende. Und in diesem Fall bräuchte mir kein Trainer, kein Schlaumeier mir sagen, dass Jeans nicht so gut sind beim Fahrradfahren. Deswegen ist es schlecht oder wir sind vorbeschädigt, wenn wir zu viel gelesen haben, was gut ist und was schlecht ist. Es muss man sich vorstellen, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist. Sogar beim Trinken, beim Essen, der eine will ein rotes Wein trinken, der andere weißes Wein, der andere kein Wein, nur Bier und, 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 und. Es gibt verschiedene Geschmäcker und das Gleiche ist, wenn es geht um Fitness, unser Körper ist individuell. Es kann man nicht einen Trainingplan erstellen für alle. Außerdem, alle starten von einem anderen Niveau. Der eine ist komplett unvorbereitet, also ist ein ganz normaler Mensch. Der andere hat schon da irgendwas gemacht, hat geschwimmen oder hat zehn Kampfe gemacht oder hat es gelaufen. Ist das schon auf einem ganz anderen Niveau. Und jetzt, wenn wir jetzt da Rennen gemacht hätten, dann wäre für jeden wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders. Das heißt, unterm Strich, die wurden einzeln im Ziel reinkommen und das ist nicht der Sinn von der Sache. Jeder von uns, wenn er sich ein Fahrrad anschafft, das ist egal, ob das Rennrad ist, Meuthenbike oder Tourenrad, Fitnessrad oder egal welches, Gravelrad oder sogar E-Bike, der will mit dem Fahrrad irgendwas erreichen. Der eine will noch zum Wecker fahren mit dem Fahrrad, der andere will 100 Kilometer fahren. Aber da gibt es noch großen Unterschied zwischen Wollen und Touren. Und jetzt gibt es gute Fragen, hören sowieso, wie viele Kilometer soll ich fahren, was soll ich essen, was soll ich trinken, wie soll ich mich anziehen. Und da gibt es wieder so viele Fragen und so viele, wie viele Fragen sind, gibt es viel mehr Antworten. Warum? Es gibt Leute, die fahren ein ganzes Jahr im Sommer und im Winter ohne Handschuh. Die haben solche Koffertemperatur, dass die keine Handschuhe benötigen. Das ist natürlich falsch, aber es gibt solche Leute. Es gibt Leute, die wollen Rennrad fahren, aber haben auch keine Erlebnisse in diesem Bereich. Und deswegen soll man jetzt fahren, so dass man Spaß hat. Was heißt Spaß? Beim Training sollte man sich frei unterhalten können, dann ist das richtige Tempo. Und die Kilometer am Tag steigern. Das heißt, sollte man da irgendwie um die 20 Kilometer erstmal fahren, eine Ruhe. Nachher vielleicht 30 Kilometer bis. Da ohne Probleme fahren wir 100 Kilometer und mehr. Aber das muss nicht so sein, dass man heimkommt und hat man für einen Monat genug. Dann ist man satt für einen Monat. Das hat keinen Sinn. Sinn hat das, wenn man regelmäßig trainiert. Was heißt regelmäßig? Am Anfang regelmäßig wäre es zwei-, dreimal in der Woche. Wenn man da schon ein bisschen vorgeschritten ist, dann muss man mindestens viermal in der Woche trainieren. Und das muss ein Abwechslungsmanöver sein. Das heißt, es muss nicht jeden Tag die gleiche Strecke da quälen. Und quälen und sich da schängern, ist hauptsächlich schlecht. Wir müssen ganz locker fahren. Und mit der Zeit sind wir in der Lage, ohne Probleme locker 30 Kilometer zu fahren. 30 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit. Das ist schon eine gute Sache. Wenn wir den 30 Kilometer Schnitt auf 40, 50 Kilometer erreichen, dann dürfen wir schon ein bisschen stolz auf sich selber sein. Andere Sache ist, wie da, ohne Schweiß passiert überhaupt nichts. Also müssen wir auch ein bisschen in das Zeug reinlegen. Die Fragen, die kommen, warum Puste ist so wie ein Lock, Dampflock. Na, du bist noch nicht vorbereitet. Der andere ist schon viel weiter, hat viel mehr Kilometer in den Beinen regelmäßig gefahren. Und der muss nicht pusten. Du musst das erst am eigenen Leib erleben. Und du musst das selber wissen. Das Gleiche ist, wie erniedere ich mich am Training. Am besten gar nicht am Anfang. Nachher kann man irgendwas mitnehmen, was leicht ist. Es gibt jede Menge Patons, es gibt Getränke, jede Menge. Und das muss man ausprobieren. Und das muss man und sollte man am Training machen, nicht beim Rennen. Wenn man beim Rennen das experimentiert, das kann gut schief gehen. Und als man das Rennen verloren, ist man dann frustriert. Und wenn das beim Training passiert, ist man auch frustriert. Aber weiß man schon, dass man diese Sachen zum Rennen nicht mitnimmt. Die beste Methode und der beste Training ist, wenn man alles selber ausprobiert, was für mich gut und was für mich schlecht ist. Die nächste Sache ist, dass man am besten in eine Gruppe fährt. Das heißt, es ist egal, ob das Meutenbike ist oder das Rennrad ist oder Tourenrad. Da kann man sich was abschauen, anschauen. Da sind die Kollegen, die ein bisschen besser vielleicht sind, die helfen auch, wenn man da Probleme hat, technische Probleme beim Platten oder sowas, beim Stürzen und sowas. Das ist immer besser, wenn man da mindestens drei, vier Leute zusammen sind. Und dann kann man sich gegenseitig helfen. Das Gleiche betrifft, wenn man auf der Straße fährt, hat man auch ab und zu Probleme mit Autos, sprich Unfall. Denn in der Regel, wenn man alleine ist, dann ist man sofort schuldig. Sogar wenn die Polizei kommt, dann ist auch angebracht. Wenn man da mehr Leute unterwegs sind, dann ist schon die Sache ganz, ganz anders. Und am Ende wollte ich sagen, was so Anfänger, wie soll er sich verhalten, mit anziehen. Also, so wie gesagt, am Anfang, wenn man da noch finanziell nicht so gut ist und sogar wenn man gut ist, dann weiß man überhaupt nicht, was ich brauche. Zuerst sollte man tatsächlich da vielleicht in Jeans, wenn man keine Trainingshose, Trainingsanzug hat und mit sowas fahren. Und dann merkt man sofort, irgendwas klappt da nicht. Und dann weiß man schon in etwa, was ich bräuchte. Nachher geht es um Schuhe. Das ist eine ganz andere Technik, wenn man mit Turnschuhen fährt und ganz andere Technik, wenn man mit Klickpedalen fährt und Rennradschuhe oder Meudelbergschuhe. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ganz anderes Fahren. Muss man nicht unbedingt sagen, dass es besser ist mit solchen Schuhen, aber es tatsächlich nachher hinein, wenn man da mit Turnschuhen fährt, hat man Probleme und fühlt man sich schlecht auf dem Fahrrad. So wie gesagt, die ganze Geschichte ist nur für Anfänger. Und deswegen die beste Methode, nochmal, ist die Methode, wo man das ausprobiert. Wenn man da ein paar Mal was falsch macht, dann braucht kein Trainer, der das sagen, dass es falsch ist. Ein Beispiel habe ich noch. Beim Rennen, bei Kriterien, wo man in die Stadt fährt, ringsherum, gibt es die Zebrastreifen und da sollte man beim Regen auf die Zebrastreifen nicht rauf fahren, die sind sehr glatt und rutschig. Und da kann man den jungen Leuten da erzählen, dass das so ist und trotzdem fahren die immer auf die Zebrastreifen und provozieren selber Stürze. Aber wenn jemand da zwei, dreimal die Klamotten aufreißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Kind aufreißt, dann brauche ich ihm überhaupt nichts sagen, der weiß von alleine und erzählt dem anderen auch, dass es so und nicht anders ist. Und in diesem Sinne, diese Methode mit ausprobieren, eigene Fehler anecken, ist die beste Methode und dann kann man erst mal fragen, wie kann man die Fehler oder die Unangemöglichkeiten bewältigen. Dann kann man den Trainer fragen oder die Kollegen, die ein bisschen mehr schon Erfahrung haben. Das war es für heute und weitere Videos gibt es hier. Abonnieren hier. Das war es für heute und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.